herzlich willkommen zu einem neuen part von heyday und zwar ein one piece special mein kollege hat mir gesagt ich soll mal ein part machen mit one piece musik das heißt musik eigentlich intros ja machen wir einfach mal wir sind wieder auf unserer ersten farm heute keine keine andere farm managen oder irgendetwas anderes heute einfach mal ein bisschen die schiffaufgabe möchte ich machen heute ja das machen wir auch 14 nachrichten was kann ja weil das für mich im verkauf wo erdbeeren Dankeschön Danke Hi Tanja Hi Marika schönen guten Tag und was brauchen wir Fischburger Butterpopcorn und Sojasauce das ist eigentlich schlecht weil Sojasauce habe ich verbraucht für Sushi eben auf der Arbeit während der Pause da habe ich nämlich die Sushis reingeschoben das ist jetzt ein bisschen schlecht dass ich die jetzt brauche na gut wollen wir mal gucken wie viel okay ich habe doch noch so viel ja gut Fischburger habe ich gespendet bekommen das ist ganz okay muss ich trotzdem freigeben zwei gucke ich mal wie viel ich hier drei sechs okay vier kann ich freigeben Fischburger mache ich blau einmal kann ich einmal kann ich okay muss auch grün sein okay die beiden dann habe ich noch zwei okay so kann ich es machen ja Fischburger blau ist halt easy für die anderen mir dabei zu helfen deswegen mache ich das blau sollte denke ich mal so funktionieren aber ich habe hier Tom noch nicht holen sollen hey ich habe schon wieder den gleichen Fehler gemacht gleich können wir da gleich können wir da äh Marmeladenkiller ich weiß nicht ja was ja ich sollte so gut sollte gut sein das ist sehr gut ja im level bereich ist es auf jeden fall sehr gut sehr gut Pau da äh machen wir mal soja bauen soja bonen ich habe jetzt nicht jedes intro rausgesucht ich habe jetzt nur ein paar gerade gerade wieder das nächste Video ja Samstag gibt es ein Livestream 13 Uhr ähm ja ja ich bin gerade noch ein bisschen verpeilt war ein harter Tag auf der Arbeit aber jetzt bin ich hier und wir zocken ein bisschen heyday Mark hatte sich schon gedacht okay ja ich wusste es das ist schnell vollgegangen schnell schnell vollgegangen ich habe auch ein paar japanische Infos dabei aber das ist scheiße obwohl Traubensaft habe ich ja okay ich habe glaube ich nur 12 oder so ne 16 ja ich weiß nicht genau müssen wir mal gucken du Schlinge du Schlinge bis gleich Schlinge okay 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 neuner Schiff ist gut ich mache Kartoffelrot nicht blau weil ich nicht weiß wieviel ob das einer hat deswegen meine ich Traubensaft blau das kann mir zwar keiner voll machen aber ich bin halt safe weil ich es selbst habe ich bin halt safe weil ich es selbst habe deswegen muss man das nicht unbedingt einer voll machen habe ich mich auch ein bisschen selbst mit geschützt mhm Tiersichtort und niemand weiß wo wir morgen schon sind weil es unser Geheimnis bleibt wohele uns unser Herzschlag treibt wir segeln davon wir segeln davon und vor uns ist nur Karotten im Schorn, yeah Scheiße Ja, dann eben nicht Dann muss ich halt weinen Weinen, weil ich nichts bekommen hab Ich heule schon wie ein Schlosshund In Tränen fallen Wie ein Regenguss Der nachts durch London zieht Und dieser Regenguss ist auch noch traurig Weil Gott gesagt hat, regne jetzt Ach ja Und das alles nur, weil ich keine Karotten bekommen hab Schlimm Ja, wir machen jetzt diese LKW-Aufgaben Mit 14 Oliven, weil Erstens, weil ich's kann Und zweitens Weil ich im Moment sowieso Reichlich Segen hab, was richtig geil ist Wir werden hier jetzt auch Oliven machen Ja, äh, doch Paar Oliven schaden ja nie, ne Oliven Oliven wird sowieso immer so ne Kacke Das mach ich echt ungern, ey Weil Oliven, weiß ich nicht Das dauert, das dauert nicht so lang Und man kann's irgendwie rund um die Uhr machen Aber man hat trotzdem immer Olivenölmangel Das ist echt richtig ätzend Alles klar Okay Dann mach ich erstmal Tacos Dann mach ich denn ja schwarz Tacos verkaufen Dann mach die Bettler hier vorm Haus Wem geben wir sonst immer unsere ganzen Zeugs Ja Dachte ich mir schon, dass das keiner voll macht Sollen wir sowieso spazieren Ja, also ich mach im Moment nur Ein Video pro Tag Ich weiß, es ist nicht so viel, aber Im Moment schaff ich's Nicht mehr zu machen Tut mir leid, Leute Es werden wieder bessere Zeiten kommen Ähm, ja Machen wir hier ein bisschen Nudels Ja, hier sind noch die Sushis drin Die ich in der Pause reingeschoben hab Okay, das war's schon mal auf der Stadt Müssen wir noch eine Trauben voll machen Traubenscheiße Machen wir noch ein bisschen Weizen rein Und gehen dann jetzt gleich zur Stadt Wenn das Schiff voll gemacht wurde Würde ich vorschlagen Soja, Bonn Ja, das ist gut Ach, ich hab meistens nie Bock Die anzupflanzen Ach, ist immer so ätzend Weiß auch nicht Sushi Rolle ist gut Oder Sushi? Sushi Rolle? Sushi Rolle, ne? Oh, Zitronentorte Warum hab ich die nicht gesehen, ey? Oh Das ist ärgerlich, ey Sehr, sehr ärgerlich Tadaa Herzlichen Glückwunsch Lieber Marc Es gibt ja nichts Schöneres als ein Level Up Hüller hat mich ein bisschen gestört Keine Angst dahinter ist das Bett Das ist nicht irgendwie kaputt oder so Ich schmeiß meistens immer tagsüber alles auf dem Bett Und dann irgendwann, wenn ich schlafen gehe, rum Ich werde alles runter Und das geht dann immer so weiter Mach doch einer voll Über uns nur die Sonne Die Segel der Wind Ertreibt uns dorthin Wo unsere Träume sind Okay, Platz genug hab ich ja Mach mal mal bei seinem Außen-Aus-Verkauf mit Punkt Keine Marmelade Keine Marmelade Keine Marmelade Zombie ist trotzdem kacke, aber egal Anwesend Da bin ich jetzt mal gespannt Was ist ich da eigentlich So Ja, werden schon welche da sein, denke ich 3, 2, 1, go Ich kann Gedanken lesen Boah, ich bin Uri Gell Zieh, Junge Zieh Ach, wer macht das sein Okay, schliefer, komm, möchte ich jetzt nicht haben Ich frage mich, ob er oben weitermacht oder unten weitergeht Ich denke mal, er geht unten weiter, oder? Ja Ja gut, die Sachen werde ich auf jeden Fall gebrauchen können Ach, ich mach mal die Links Oh, ich muss mich gar nicht drücken Aber so geht's Peace Ich denke mal, ich mach mal die Links Ah, ich muss mich gar nicht drücken, wo ich jetzt bin Und da bin ich Oh, ich mach mal ав Oh, ich mach mal Oh, ich mach mich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wird ja alle abgefertigt hier Alle bedient, alle fröhlich, alle happy Hier kommt freudestrahlend Und tanzend hier aus den Läden raus und sagen Oh, dankeschön Hier hast du ein Geschenk, ich schenke dir eine Bolzen Also ich bin ein Bolzen, Alter Klebeband kann man viel mehr scheiße machen Pension ist schon voll Und die können wir ja noch alle reinschicken hier So, Dalle Brauche ich 4 Dias für, will ich nicht ausgeben Platz habe ich überhaupt, habe ich 10 Ja, locker Das ist schön Komm mal von Maggie, Mag, Maggie, Mag Ja, Staatssachen hätte eh nicht gebraucht Weiß nicht, ob er sie mir geben wollte Aber ich hätte sie sowieso nicht gebraucht Ich habe sowieso keinen Platz dafür im Moment Wie man eben gemerkt hat Also ich fast meine ganze Scheune verkaufen muss Bis ich mal wieder was einlagern kann So Das sollte es gewesen sein, je nachdem Oder nicht Jetzt aber Ja Perfekt Kein Bienenwachs Ich habe daran nicht 1,8,8,8 reingeschwissen, oder? Oh, bin ich blöd Scheiße Leck mich Das ist Affengesicht Ach Mann Gibt es doch nicht Scheiße Jetzt habe ich den Salat Oder den Sorbet eben nicht Okay, wir schaffen die Schiffaufgabe leider nicht in diesem Part Weil ein gewisser jemand, ich möchte jetzt auch keinen zeigen Scheiße gebaut hat Noch mehr Sojabohnen Tja, dann muss ich es wohl offline erledigen Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, Leute Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht Oder sehr viel Spaß gemacht Ein paar Hotdogs hier Ein paar Hotdogs Freitag Freitag nicht Samstag, Sonntag und eventuell Montag Immer 13 Uhr So Ich bedanke mich fürs Zusehen One Piece Playlist ist vorbei Jetzt kommt Pokémon Bis zum nächsten Mal, Leute Haut rein Und Ciao